ein Zombie er kommt auf mich zu Scheiße ein Zombie er kommt wieder auf mich zu ich sehe die Zombie nicht mehr ja er schreit schon damn und wer schreit damn es ist Sergeant John aus Dead Epidemic was wir gerade zocken in der letzten Folge haben wir es zum einen nach Queensport geschafft beziehungsweise wir waren am Bahnhof angekommen wir sind jetzt bei der Polizeistation wo wir unsere Kollegen suchen und ja bin gespannt da ist kein Zombie mehr was passiert jetzt vielleicht ein paar weniger Rätsel als letztes Mal und es ist ein Autosave das heißt irgendwas kommt auf uns zu Cutscene und Zombie oh haben wir ein... nein oder ist es... nee das ist so ein... ist es ein... yeah was find your... kill or bypass enemy snipers das war ja wieder klar dass es nicht unser Freund ist aber wir haben eine neue Waffe gefunden ich würde nur gerne wissen wie ich mit der erziele achso ähm... hm entertainment ok kill or bypass enemy snipers also wir müssen sie entweder töten oder an ihnen vorbeikommen Ähm, der war... Woher denn? Da ist er. Und er sieht uns nicht. Was ne Bratze. Okay, weggesnipert. Der ist da und da ist keiner mehr. Sollen hier aber noch mehr sein. Scheint aber irgendwie nicht der Fall zu sein. Oh, fuck, fuck, fuck. Wo ist er? Fuck, fuck, fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Oh, da ist er. Okay, zweites Fenster. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich... Warum hältst du zwei Hedge... Ach du Scheiße. Ich bin gleich tot. Okay, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh, ich hör Schritte, ich hör Schritte. Feier! Okay. Die Tür ist zu. Die Tür ist eindeutig zu. Ich wette, ich muss dann hier rüber rein. Okay, Spacke. Oh, fuck, fuck, fuck. Da oben. Sau. Gott, verdammt. Okay, wir gehen einfach rein. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen rein. Nein, 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 nein. Wir gehen rein. Geh rein. Geh rein. Was? Irgendwer hat gesagt, Schildernit Berger. Oh Gott. Okay. Das ist wieder gruselig. Oh, Scheiße. Die haben anscheinend... ...ne Geisel umgebracht. Okay, das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. So. Ey, die hauen aber auch ordentlich rein mit ihrem... ...mit ihren Scharfschützengewehren. Die haben ja dann wahrscheinlich genau dasselbe wie ich. Aber auch cool, dass sie wieder was Neues modelliert haben. So, was ist das hier? Die T-Sage... Ach, irgendeinen Scheiß machen die hier. Oh Gott, ich habe ehrlich Angst, was hier noch passiert. Okay, hier ist... Okay. Gut. Fuck, 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 fuck. Shit, fuck. Oh Gott. Okay, machen wir es anders. Oh, das war doch einfacher als gedacht. Find Jairus, Seeker. Hat er keine Waffe oder so? Nee. Warum seid ihr nicht explodiert, ihr Sackteile? Macht die. Auf. Auf. Ach, du Scheiße. Okay. Ähm. Feind. Okay, ich muss zwei Schlüssel finden. Und... Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass... ...nichts hier... ...Gegenstände enthält. In diesem... ...Kackladen hier. Ach, du Scheiße. ...Trainings... ...also so ein Fitnessraum, da gehe ich jetzt aber nicht ein, ganz ehrlich. Habe ich voll kein Bock drauf. Was ist... ...Ach, du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fuck, 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 fuck. Stirb, stirb, stirb. Okay. Okay. Das sind verdammt viele. Das sind verdammt viele. Oh, und die haben es... ...ordentlich in sich. Okay. So. Warum lade ich nach? Ich habe nochmal vier Schüsse. Egal. Oh. Kacke. Aha, sie haben doch Munizium. Genau, das... Da war ich nämlich irgendwie... Ey. Echt geil, was die gemacht haben. Jetzt auch gegen menschliche Gegner. Und ich bin wieder mal zu doof, um... ...Klotüren zu öffnen. Aha. Och, nein, Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, ist da wer auf der Darmentoilette? Hä, 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 hä? Nein. So, das interessiert mich auch nicht. Du gehst zu, du gehst zu. Alter, fünf Soldaten. Ah ja. Hier liegen ja noch Waffen rum. Irgendwo. Oh Gott. Oh Gott, okay, nein, muss ich... Nein, mache ich jetzt einfach nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, scheiße, ich muss ja Schlüssel finden. Oh, die sind wahrscheinlich hier irgendwo... Das ist Scheißkram, aber da geht so viel Zeit verloren. Das war schon in Night of the Dead so und in Day of the Zombie, wo auch gar nichts in den Kabinen... Äh, in den Kabinen. In den Schreibtischen und so weiter war. Ehrlich, das ist so scheiße. Okay. Oh, ich hab Angst, dass hier gleich irgendwie so ein Alter hat. Äh, ich balle dich tot, äh, du Sackgesicht, äh, scheiße. Okay. Das sieht ja noch gut aus, das sieht auch noch gut aus, so. Was ist das da? Ist nichts da, ist nichts da, ist auch nichts da. Nein, und nein, und nein. Scheiße, wir gehen jetzt wieder raus. Ah. Hier ist noch Ammunition. Ist das irgendwie deren Ziele oder so? Ihh, das Blut. Und das ist, ähm, der... Zugplan, oder, ja, der, der, der Linienplan für die, äh, für den Zug. Interessant. Hier schwebt eine Waffe. Wir können die immer nachladen. Boah, geil, neue Animationen, aber er rammt einfach nur ein neues Magazin rein. Äh, ganz schön spart. Muss aber auch kein großes Tamtam sein, das ist... Ach, du Scheiße. Was ist denn das jetzt? Ne, ganz ehrlich, komm, das wird mir zu viel. Das mach ich nicht mit. Da ist noch Munition. Oh, Kacke. Es ist wieder dunkel. Okay. Ich krieg das jetzt. Ach, da, aber ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ach, ich wusste hier... Irgendwo muss in der Dunkelheit einer sein. So, Munition hab ich aufgenommen. Wir brauchen zwei Schlüssel. Das ist der für die Waffenkammer. Das... Ich... Ich guck... Ich hab ehrlich keine Lust, diese... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da erwartet, dass ich alles durchsuchen soll. So. So, dann... Wollen wir mal. Sunspawn? Nö. Ah, hier haben wir noch Heilung. Ist auch ganz schön. Ja, gut, wenn wir hier die Schlüssel nicht finden, dann gehen wir halt nochmal nach oben. Wo ist das denn nicht jetzt? Ah! Oh! Yeah! Wir haben netten viel gefunden. Hammer. Und unsichtbare Munition. Ähm. Geil. Okay, machen wir so und so und so und so und so und so. Fuck. Sehr schön. Gut. Ähm. Ich glaube, ich muss doch nochmal nach oben. Was mich ziemlich ankotzt. Denn, ähm... Ich brauche noch einen Schlüssel. Obwohl, ich könnte es auch anders machen, glaube ich. Oh, kacke. Nein. Nein. Scheiße. Also, hier brauche ich... Find the jail cell key. Okay. Ich muss nochmal nach oben. Die Frage ist, wo habe ich etwas verpasst? Die Frage ist, wo habe ich etwas verpasst? Nein. Falsch. Falsch. Das. Oh, nein. Nein. Nein, ganz ehrlich. Das soll ich doch nicht alles durchsuchen, oder? Oh, ich bin so eine Bratze. Auch mal das Level zu Ende spielen. Oh, kacke. War das gut? Ich glaube, das war nicht gut. Scheiß drauf. Yeah, ich bin da. Oh. Oh, ich habe den Dachboden zerstört. Auch nett. Das. Oh, das ist schon ein Toter von uns. Ne, anscheinend, oder? Doch, das könnte einer von unseren Teammates sein. Verdammte Scheiße. Ihr Schweine. Oh, fuck. Wie er auch geschrien hat. Bevor ich überhaupt geschossen habe. Hat er die Waffe noch? Ja. Sehr gut. Ah. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ja, dann können wir doch gleich... Oh, ich brenne. Das ist nicht gut. Das ist heiß. Und heiß ist nur in bestimmten Situationen gut. Aber nicht bei Feuer. Hätte ich jetzt hier eine Frau oder so, dann... Ja, das wäre was ganz anderes. Damn! Eine Mischung aus... Eine Mischung aus Husten und Lachen. Wenn er einfach mal damn schreit. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. Das kann auch... Das könnte auch ein Bug sein, oder so. Okay, wir haben es geschafft. Die Zeit ist auch um. Wir sind bei elf Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir überlassen es erstmal dafür und sehen uns dann im nächsten Part. Speichern nochmal. Ich glaube, ich habe es eben... Ja. So, egal. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Dead Epidemic. Und dann probieren wir hier mal unser neues, schickes Gerät aus. Was wir hier gefunden haben in der Waffenkammer. Unser schönes M4 mit Granatwärm. Also, bis dann! Wir sehen uns dann.